Also was ist heilig für mich? Heilig für mich ist im Prinzip ein Leben zu führen, das den anderen Menschen dient, dem Dienst am nächsten zu tun. Das ist für mich eigentlich ein heiligmäßiges Leben zu führen, nicht auf sich selbst zu achten, selbst loszurennen, lebst loszulieben und zu dienen und eben im Willen Gottes einfach zu handeln. Das ist das, was ich denke, dass heilig ist, ein heiligmäßiges Leben. Heilig ist für mich, Gottes Willen zu erfüllen und in seiner Gnade zu leben und sich dabei Mühe zu geben. So, was ist heilig für mich? Heilig ist für mich, wenn man komplett ohne Sünde ist, wenn man komplett rein ist und wenn man würdig ist, Gott anzuschauen.